Der Umgang mit der Natur und mit den Tieren, das ist immer schlimmer geworden. Und der Sternenhof ist ein Ort, wo man versucht, etwas dagegen zu setzen. Mein Name ist Erwin Denkmaier. Ich arbeite für die Herbert Denk Foundation. Es ist eine Foundation für Tiere und der Sternenhof ist das Projekt. Wir haben mehr Projekte. Wir haben das Projekt in Deutschland, wir haben das Projekt in Österreich. Und wir haben mehr Projekte in Europa, wo wir die Tiere helfen können. Wir haben die Internet, stennenhof.eu, und das ist der Ort, wo wir die Menschen informieren, was wir tun. Du kannst auf der Seite finden alle Tiere von uns, du kannst die Projekte von uns finden. Du kannst die Apartment, die Shop, und die Leute, die da arbeiten. Menschen müssen nachdenken, wie sie mit der Natur und mit den Tieren umgehen. Wir sagen den Menschen, du kannst etwas machen, du kannst die Tiere verhindern, du kannst so viele Dinge machen in deinem Haus für die Tiere. Und dann bist du kannst. Du kannst die Tiere.